geil aber ist nicht ganz dicht ach so jetzt liegt auch noch tot also ich wollte meinen habe ich gesehen aber der pampel immer habe schon gesehen wie auf immer steckte es wird uns nicht leisten wir froh dass ich nicht erwischt hat hier ist ein herr und meister jungen ja komm herr mum ja mit dem mich hat einer angerannt ich habe das mal probiert das geht nicht ach doch wenn es anrutscht dann geht das frizzi rivera habe ich in ach so nee habe ich ja nicht genommen also ich muss rausspringen was sind wir hier ach das ist unser dorf also ich spring hier an den berg nee ich habe hier modifiziertes visier also findest ja bestimmt mal eine waffe mit dem visier drauf schmeißt ja gleich eine waffe hin da hast du ja hier und ein schild dran kannst du auch noch kriegen einen kleinen stell dich neben mich dann kriegst du auch noch hier soll ich dir den schildkranken packen nee du solltest den schildkranken weil wenn du über 50 bis nizza der kleine schildkranken nichts mehr und durch arena gesteht junge ja wieso schub ist das wir müssen mitnehmen den jungen hier ist das sein medikit was hat er ja das hat er dahin geschmissen der knorpel jetzt kann habe ich wieder keine munition oder was hier liegt doch noch welcher ne das reicht nicht 34 schuss ja passt ich gucke mal runter man hört noch gar nicht los ja aber hier sind welche abgesprungen so waffen mit modifizieren ist hier habe ich schon liegt auch noch einer das ist zwar allerdings aber erst mal die scheiße auch am see sind schütteln und schütteln Wohl kein Kumpel. Ja, vorne. Weg gemacht, Joga. Birnen. Und die Aufgabe erledigt, ganz wunderbar. Du auch? Ja, hier ist ein Schneider, ein langes Fehlfangrohr. Geil. Seine Mission ist umsonst was. So, geh mal da hin, ja. Schönes Ding. Na ja, wir müssen in die Zone, Alter, wir träumen schon wieder. In 14 Sekunden zieht sich ja alles zusammen. Das haben sie aber wo angesagt. Ja. So. Und die Stadt wird geschossen. Willkommen. Willkommen. Wir machen so lang. Noch wird fröhlich geballert, gleich ist Schluss wieder oben. Gleich ist vorbei. Gleich ist Sende-Powser. Ja. Stenze, lass es gleich. Hinter uns. Ja, hier unten, wir sind nur ein Kind, Alter. Wo sind dein Kumpel? Keine Ahnung. Hier oben ist er. Ja. Weg ist er. Lass. Isat. Ach, sah schon so aus. Hat auch ein paar Wissen. Ja, auch mal alles nicht. So, hier vorne stehen unsere SUV. Ja geil. Oh, hier geschenke. Aber wir können noch ein bisschen rumlohren. Ja. Hier gibt es nur geschenke. Ja. Ja und ne. Oh, geil. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hyperschalm. Oh, hier hinten ist ne Birne hinterm Haus. Play. Ja, ich sehs. Ich komm von oben. Oh, scheiße. Von oben. Ich komm hier nicht raus. Mensch. Ich bin vorbei. Ja, hat sich schon erledigt. Das ist geil. Das ist geil mit dem Sniper-Alert. Ja. Das, ich weiß nicht. Den, das nutzt, macht keiner sonst. Ich hab noch nie gesehen, dass den einer genutzt hat. Selten. Ich wusste nicht. Oh, wir müssen los. Was? Ja, komm. Kann ich schnell noch holen. Kann ich mal hier sehen. Oh, ich komm auch hier. Oh, ich dachte jetzt. Die Wetter-Boys. Ja. Da wird doch eh noch. Die Wetter-Boys. Ja. Da wird doch eh noch. Ja. Hm. Boah. Schau da ran. Okay. Ich halte die Stellung. Ja. Wir müssen mit Vibesvolk rechnen. Bösartigem. Schnell. Karte einsetzen. Wetterbericht gehört uns. Sehr schön. So. Sind ziemlich gut aufgestellt hier jetzt. Ja. Dritter Mann, Wetterbericht, alles da. Wir haben alles. Ja. Sniper hat jeder. Ja. Geil. Jetzt können sie kommen, die Jungs. Ich suche uns mal schon einen schönen Platz. Mhm. Da hinten im Gebirge. Das sieht doch gut aus. Gebirge klingt gut. Im Gebirge. Rein mit euch. Junge, lauf zu. Komm Junge, gib Gas. Wo ist jetzt meine Markierung? Ach, da hinten. Gebirge. Ja. Ja. Ich hab's so im Urin. Ich auch. Oh, da vorne ein Auto. Ja. Die wollen auch da ins Gebierrücker. Das könnt ihr vergessen. Das wär's gleich mal hier. Einschießendes Auto. Wo ist denn das? Das ist rechts hochgefahren. Das ist so flach. Das ist auch geschiehen. Wo bin ich hinterherfahren? Hä? Wo ist denn das jetzt hin? Immer weiterfahren. Fahr die Straße weiter. Wir wollen ja hier hoch. Ja, ja. Die fahren die Straße weiter, wie's aussieht. Ja. Die wollen so Grand Classier. Die wollen den Post machen oder was? Ja, ja. Wir fahren hoch. Können sie hier machen. Rettet die auch nicht mehr. Nö. Die sind tot, die Jungs. Die wissen's bloß noch nicht. Genau, so sieht's aus. So, hier müssen wir aufpassen, dass keiner hier hinten hochkommt. Oder an dem Seil dann. Ja, die stehen dort. Ja, ja. Die machen den Post. Ja. Man könnte die auch nur kaputt machen. Ist ein Reifen? Kann man den Platz schießen? Ja. Ach, Junge. Schau mal. Doof. Zielen hier. Sehr gut. Du hast platt. Ich hab ja genug Munition. 123 Schuss. Was ist Sniper-Munition? Ja. Ey, so viel kann man doch gar nicht nehmen. Oh ja. Ich dachte bei 53 ist Schluss. Oh, warte mal. Warte mal. Sei mal ruhig. Hier wird geschossen. Hinter uns. Was? Der Auto ist platt. Ach, da hin. Oh, die Wummen ist geil. Ich treff ihn nicht, Alba. Ja. Doch, jetzt hat er. Kassiert für 100. Da liegt er. Ach, Saga. Aber der hat auf einen hier unten geschossen. Im Schweinestall hier unten. In der Dorfdisco. Okay. Wir müssen auch mal die anderen im Auge behalten. Ich höre doch bitte hier. Ja, ja. Weiter weg, wie es aussieht. Obwohl ich die Schüsse... Ja, doch. Vor dem Haus. Hier. Okay. Direkt davor. Ah. Alter. Dem habe ich aber eine gegeben. Oh. Das ist sowas weg. Okay. Der ist gesprungen, Alter. Und ich habe ihn eine weggepresst. Den habt ihr den Schluchter geschossen. Warte mal. Ich halte mal hinter uns. Da ist er noch. Die kommen mit dem Auto jetzt. Ja, schuld. Okay. Die fahren hier die Schlucht runter. Die Armleuchter. Die sind hier unten. Auf der Straße. Können sie machen. Das haben wir noch. Nachladen. Kann ich den noch mal fragen? Nach Munition? Nee. Da fahren sie, da hinten. Oh, wie schnell das fährt hier. Wie schnell das schießt. Oh, was ist das für ein Sniper, Alter? Was hast du denn du für eine Sniper? Sag mal. Hey, was ist denn das? Das ist gar keine Sniper. Das war gar keine Sniper. Das war ein Stryker war das. Ach so. Ey, die sieht aber cool aus, Alter. Das Ding hier. Du hast einen Skin drauf. Ja. Krass. Ich habe so viel Munition gehabt auch. Ach du Scheiße. Deswegen. Ich sag ja. Wir müssen ins Auto. Ja. Weil ich einen langen Scope hatte. Aha. Wir fahren dahin mal. Das ist selber. Geil. Ja, das sind hier. Da kommt automatisch mit. Ich musste eh auf der Karte gucken. Mhm. So, wie fahr ich denn jetzt am besten? Meine Markierung ist da hinten. Wo halber? Wiss ich. Ich bin ausgestiegen. Wiss ich. Wiss ich. Los rein mit euch. Ja komm komm komm. Lass den Typen. Da komm schon mit. Wie fahr ich denn jetzt am besten? Sag mal. Das Munition musst du einsammeln, oder? Wiss ich nicht. Ein bisschen Muni könnte ich noch brauchen. Pass auf, dass die den nicht rausfeuern. Ah ja. Ach ja. Der Sniper vor uns. Vor uns. Vor uns. Auch. Oh. Die Zone. Ich habe keine Muni-Zone mehr. Haha. Geil. Ich bin bei Null. Was? Das sieht nicht gut aus. Hm. Oh scheiße. Wir haben keine Treibschaft mehr. Wir müssen uns ein neues Auto besorgen. Hier ist ein Weihnachtspaket. Ja. Das nehmen wir mal mit. Warte die Typen müssen noch hier. Ey wieso hat er zweimal 110 gekriegt? Das geht doch gar nicht. Die Zone. Ja ja. Das Auto hier. Kannst du mitbringen. Kannst du fahren. Ich bin schon weggerannt. Boah. Geht gut mir. Scheiße. Achso. Unseres hier. Ich dachte du hast ein anderes in Deck. Nee. Verreckig oder? Mach keinen Mist. Jetzt ging gerade noch. Boah. Alter. Da oben auf dem Bergblei. Ich glaube die wollen uns flankieren. Ja. Ja. Mist wir haben kein Auto mehr. Nee. Wir können ja wegrennen. Ja schnell. Die schießen gerade auf jemand anderes. Greifen wir an oder? Jetzt gehen wir mal hinter den anderen Daumen hier. Dann wissen die nicht wo ich bin. Dann greifen wir sie an. Ich greif an. Ja ich komm mit. Alles oder nicht. 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 Ich hab was weggemacht. Geil. Oh. Wir snipen was hinter mir her. Oh. Wir müssen in die Zone. Komm gleich. Lass uns in die Zone. Oh. Du bist da oben. Ganz allein. Liege. Ah. Der rennt aus der Zone raus. Schnell. Da komm zu dir. Ja der ist schön in der Zone. Schaffste. Ja ich schaff's nicht mehr hier wegen der Zone. Das ist nur ein Kind alter. Das ist egal. Oh Wichser hieß der. Wichser. Mit A hinten. Oh. Wichser. Oh. Solche dummen Kinder. Alter. Ja. Bleib am Leben davon. Ist er nur noch fair. Ja ja. Ist unser Sieg. Nur du kannst es verstehen. Ja. Oder auch nicht. Ich hab gedacht kein Schild. Keißer. Mhm. Wo ist denn der? Irgendwo vor dir. Da hinterm Berg. Vor dir der Berg. Ah. Der ist vor dem Berg. Mit dem Schild. Alter. Schildmann. Den krieg ich da. Den Lappen. Ja. Links, links, links. Ja. 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 Ich wusste es doch. Geil. Es wird unser epischer Play. Ja und die Zone war auf unserer Seite. Ja. Aber gut. Geil. Schönes Ding. Wie viele Kills hab ich überhaupt gemacht. Oh. Elf Stück. Gar nicht übel. Ja. Gar nicht übel. Ja. Du musst nur Arena spielen vorher. Oh. Hahaha. Geil. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.